Willkommen zu einer neuen Folge von Schumann Insights. Wir wollen heute einen Blick auf einen ganz spannenden neuen Aspekt des ETCM werfen, auf den Ecclesia Credit Rating Cover. Hier sitzt mit mir Herr Sven Küls von der KM Credit Consulting. Heute in seiner Rolle nicht nur als Geschäftsführer der KM, sondern ebenfalls als Product Owner des ETCM. Schönen guten Tag, hallo. Und heute sprechen wir über das Ecclesia Credit Rating Cover. Herr Küls, was ist das für ein Produkt? Ja, das Ecclesia Rating Cover ist ein Produkt Features des ETCM, des Ecclesia Trade Credit Manager, der Kreditmanagement Software, die wir gemeinsam mit Schumann entwickelt haben. Und Ecclesia Rating Cover bedeutet, dass Unternehmen basierend auf mehreren Merkmalen oder Informationen ihres Kreditmanagements Versicherungsschutz erlangen können im Rahmen einer Kreditversicherungspolize. Das heißt, das kann ich mir so ähnlich vorstellen wie bei einer Pauschalversicherung? Vom Grundprinzip ja. Sie haben bei der klassischen Pauschalversicherung aber immer das Problem, dass nur ein Merkmal für die Pauschalversicherung zu Rande gezogen wird, wie zum Beispiel die Zahlungserfahrung oder die Wirtschaftsauskunft oder eventuell das Rating des jeweiligen Versicherers. Sie haben dort auch immer Begrenzungen, was die Beträge angeht. Das heißt, Sie haben relativ kleine Beträge, aus unserer Sicht zumindest, die Sie dann versicherungsschutztechnisch vergeben können. Bei Ecclesia Rating Cover ist es aber die Kombination aus mehreren Informationen, die zu einem Rating innerhalb des EDCM zusammengeführt werden und der Versicherer auf Basis dieses Ratings einen Versicherungsschutz gewährt, der deutlich höher ist als das, was man marktüblich erhalten kann. Das heißt, ich kann mit so einem Produkt auch einfach einen größeren Teil meines gesamten Portfolios über so eine Deckung versichern? Ganz genau. Das ist ein wesentlicher Vorteil. Ich werde dadurch ein wenig autonomer gegenüber der Bonitätsprüfung des Kreditversicherers. Er hat weniger Möglichkeiten, in dieses Portfolio aktiv einzugreifen, weil es wie ein Pauschalversicherungsportfolio funktioniert. Ich habe dadurch höhere Zeichnungsquoten innerhalb dieses Portfolios, deutlich mehr Stabilität und eventuell, wenn ich am Hintergrund auch noch eine Forderungsfinanzierung habe, natürlich auch die Möglichkeit, mehr Liquidität aus diesem Portfolio generieren zu können. Das heißt, für welche Art von Kunden bietet sich ein solches Produkt insbesondere an? Grundsätzlich bietet sich das Produkt an für alle Unternehmen, die sich mit dem Thema digitales Kreditmanagement erstmal beschäftigen. Weil der ETCM ist ja die Basis dafür und der ETCM ist kein Kreditversicherungsprodukt, sondern eine Kreditmanagement-Software, die unabhängig davon funktioniert, ob das Unternehmen Kreditversicherung einkauft oder nicht. Und die natürlich Interesse haben, ihre Kreditversicherung, klassische Kreditversicherung zu hinterfragen, neu aufzusetzen oder sich neu mit dem Thema Kreditversicherung beschäftigen wollen, weil sie dort jetzt andere Möglichkeiten haben, als sie das vielleicht aus der Vergangenheit kennen. und damit auch einen Ansatz sehen, sich die Kreditversicherung nochmal genauer anzuschauen. Wo kommt die Motivation für Sie als Makler her, genau so ein Produkt mit uns zusammen anzubieten? Also zum einen kommt die Motivation aus unserem Grundverständnis, dass wir uns nicht nur als Makler verstehen, sondern wirklich als Berater, der das Unternehmen rund um das Thema Forderungsmanagement, Kreditmanagement berät. Dazu gehört halt nicht nur die klassische Maklertätigkeit, eine Versicherung oder ein Factoring-Programm zu vermitteln, sondern halt auch die Beratung im Bereich des Kreditmanagements. Deswegen haben wir auch den ETCM vor zwei Jahren mit Schumann gemeinsam an den Start gebracht, der aus unserer Sicht sehr erfolgreich am Markt wahrgenommen wird, als digitale Kreditmanagement-Lösung. Und da war für uns klar gewesen, dass das die Basis ist, um weitere Möglichkeiten, weitere Innovationen zu generieren und damit auch Mehrwerte für die Kunden zu generieren, wie zum Beispiel eine Versicherungslösung, die basierend auf dem Rating des ETCMs ist. Aus unserer Sicht ist das ein wesentlicher Punkt, Unternehmen zu motivieren, digitales Kreditmanagement zu betreiben. Gar nicht mehr daraus nur aus dem Thema Blickwinkel Kreditmanagement. Kreditversicherungen kann man dort integrieren. Ich kann auf der anderen Seite das Thema KYBP, Lieferketten-Sorgplatzpflichtengesetz, KYC-Prozesse integrieren, wo viele Unternehmen ja noch sehr fragmentiert aufgestellt sind, was die einzelnen Softwarelösungen angeht. Und das kann man deutlich mehr zentralisieren. Und ich glaube, dass wir mit der Lösung hier einen weiteren Baustein geschaffen haben, um die Entwicklung voranzutreiben. Das haben Sie schon einige der Kernaspekte des ETCMs hervorgestellt. Was würden Sie sagen, was bewegt ein Unternehmen dazu, den ETCM einzusetzen? Welche Kernfunktionalitäten des Produkts nutzen viele Unternehmen, die den ETCM als Softwarelösung einsetzen? Grundsätzlich, was wir festgestellt haben, ist, dass der ETCM für Unternehmen interessant ist, die sich tatsächlich mit dem Thema Kreditmanagement, Digitalisierung auseinandersetzen. Wir stellen immer wieder fest, dass viele dabei erst mal an Kreditversicherungen denken, wenn man dann aber in die Prozesse reingeht mit dem Unternehmen, wie werden Auskünfte eingeholt, was wird eigentlich damit gemacht, gibt es Scorekarten etc. Dass man dann auch feststellt, dass das Thema Kreditversicherung am Ende nur ein ganz kleiner Baustein im Rahmen des Kreditmanagements ist, was auch vollkommen unserer Philosophie entspricht, weil der Kreditversicherer am Ende ein Externer ist, der eine Information auf der einen Seite gibt, aber dann natürlich auch Versicherungsschutz benennen wird. Ich muss mir als Unternehmen ja immer wieder Gedanken machen, wie kann ich meine Kunden, meine Debitoren selbst beurteilen, auch im Falle, dass der Versicherer mir ein Limit reduziert oder eventuell auch streicht. Das heißt also, der Treiber ist, das Thema digitales Kreditmanagement, mir einen besseren Überblick zu verschaffen über die Informationen, die ich schon habe, wie zum Beispiel Umsatzerfahrungen, Zahlungserfahrungen etc. und die innerhalb eines Systems einheitlich zu verdichten, um dann auch innerhalb einer Unternehmensgruppe ein einheitliches Bild auf den Debitoren zu haben. Vielen Dank, Herr Kölz, für diese ausführlichen Informationen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Herr Kölz.